Aufgrund von Umständen potenziell apokalyptischer Ausmaße außerhalb unserer Kontrolle erleben wir derzeit technische Schwierigkeiten. Dank des Notfalltestprotokolls müssen die Tests jedoch nicht unterbrochen werden. Diese aufgezeichneten Nachrichten geben Ihnen Anweisungen und Motivation. So können wir auch in Zeiten sozialer, wirtschaftlicher und struktureller Zusammenbrüche weiterforschen. Anweisungen und Motivation 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 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Danke, dass Sie die Tests abgeschlossen haben. Wenn es Ihnen gefallen hat, können Sie nun die Teststrecke Ihrer Wahl wiederholen. Vielen Dank.